Toll, und keine Flotten da? Oh, scheiße. Wie viele Schiffe haben wir auf Base One? Scheiße. Wichtige Nachricht. Okay, 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 da ist der Hypervillen-Konvoi. Die könnten ihn übernehmen. Cool. Die könnten eventuell eine Basis angreifen wollen. Die fliegen zum Virgil-System. Nein, die suchen unsere Basis. Scheiße. Ja. Wir müssen jetzt unsere Basis verteidigen. Jetzt bekommt ihr mal eine Basis-Verteidigung zu sehen. Sie haben unsere Hauptbasis entdeckt. Das kann jetzt ein bisschen heftiger werden. Wow, ein Shade. Oh, Kacke. Alarmstufe Rot, Alarmstufe Rot, Stützmöchner angegriffen. Großes Elden-Kampfgeschwader gesichtet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spektra-Raumschiffe und ein Shade. Ich wiederhole, ein Shade. Alle große Vorsicht ist geboten. Es könnte zu Verlusten kommen. Okay. Eine Elchenangriffstruppe hat Starbase One angegriffen. Der Verlust dieses Stützpunkts würde unsere Fähigkeiten, die Grenzbereichinstallation zu schützen, erheblich vermindern. Verwenden Sie jedes notwendige Mittel, um die Angreifer zu neutralisieren, bevor sie den Stützpunkt beschädigen oder zerstören können. Berichten zufolge verwenden Sie jetzt neue Kampftechnologien. Obwohl die Sicherheit des Stützpunkts unserer Hauptsache gilt, wäre die Sicherstellung jedes neuen Elden-Raumschiffes ein großer Fortschritt für unsere fortschreitenden Forschungsbemühungen. Den können wir jetzt nicht, weil wir sind jetzt nur mit Dings ausgestattet, mit Phasenkanonen. Aber wir müssen erstmal unseren Stützpunkt verteidigen. Den Shade, den können wir später noch, aber den brauchen wir nicht unbedingt. Alles klar. Mit T den Shade anvisieren und dann sofort allen sagen... Alles auf den Shade. Der hat sich getarnt. Verdammte Hacke. Das wird jetzt viel Spaß ohne Ende. Alles auf die Schilde. Der kann getarnt schießen. Wo ist der Shade? Wie war das nochmal als Trick? 17, man soll rückwärts fließen. Da ist er. Alles klar. Der Shade ist Moos. Ach tock. Wir schulden Ihnen einen Gefallen. Ja, das gibt da einen großen Kasten Bier. Verstanden? Auf 2. Der Shade ist vernichtet. Der Stützpunkt ist gerettet. Oh, guckt mal. Guckt mal. Was wir aus dem rausgeholt haben. Akkumulatorschilde. Das ist Shade-Technologie. Wenn wir den Shade kapern könnten, dann kriegen wir noch mehr. Welche Leichen haben wir? Nur Motorenleichen. Okay, wir haben nicht genug Parallax-Torpedos. Okay. Was wir jetzt machen, nach dem kleinen Schock, dass wir jetzt, dass die Ellens unsere Basis... Das sind die Erinnerungs-Torpedos. Das sind die Erinnerungs-Torpedos. Vielen Dank.